Hallo Leute, hier zurück bei Halo Infinite mit schwerer Sturm. Ja, ist neue Season angefangen, das Jeppening 2 ist da. Dementsprechend muss ich auch noch ein bisschen leveln. Muss mindestens, oder ich will mindestens ein Spiel am Tag machen. Bei Halo Infinite und das werde ich jetzt hiermit machen. Oh, die Naps sieht schick aus. Hab ich noch nicht gespielt, glaube ich. Super Husky Raid. Drei Oberungs und sieb. Ja, wird übel auf jeden Fall. Ist hartes Rambazamba. Und dementsprechend, ja. Ich strenge mich an. Aber, was gut wird, kann ich nicht versprechen. So, Flagge klauen, dreimal wegholen. Dann immer verschiedene Random Waffen hier. Das ist schon ein bisschen übel, ne? Aber, kann gut werden. Oh, gut, gut, gut. So, das ist was wir machen, so eine Granate rüberschmeißen. Okay, das war schon mal nix. Alter, was ist das für eine Map, ey? Das ist ja richtig übel. Ja, sieht aber futuristisch aus. Dann muss man so. Davon hab ich jetzt gar nichts mehr gekriegt. Irgendwie die Granate hab gekriegt, okay. Ja, ich muss mir erst mal eingrooven hier, wie man sieht. Die Map ist ja richtig übel. So. Da hinten ist ein Sniper, einer, glaub ich. Oh, Mann. Ja, die Gegner sind viel zu stark gerade am Morgen hier. Da sehe ich ja auch kein Licht. Das Raucherbein. Okay. Wir hängen in Fetzen. Nein. Der blöde Hammer hat nicht connected. Also, ich hab gedrückt, aber der hat nicht funktioniert. Ah, zumindest waren wir jetzt mal rübergekommen. Das ist schon mal gut. Einzig gute, dass wir rübergekommen sind. Boah, hier fällt man auch direkt runter, ey. Ach, Mist. Alter, die Map ist richtig... Sie ist schon irgendwie grandios irgendwie. Also, vom Design her und so. Aber, Alter, ist das schwierig. Alter. Alter. Ist das aufregend. Mein Herz braucht richtig. Sehr schön. So muss das Spiel sein. Wenn das jetzt anfängt zu pochen, ist immer schön. So halbwegs zumindest. Ups. Was hab ich noch von der Waffe drinne? Ah, jetzt kommt wieder ein Gravitationshammer. Der ist richtig... Der Gravitationshammer killt das ganze Spiel zum Teil. Ist richtig übel, das Ding. Gut, dass die gegnerischen Teamgeleiter eben nicht rübergekommen sind mit. Verkauf nach der Waffe drinne? So. Verkauf nach der Waffe drinne? Das ist nicht so. Wo ist die Kämpfe drinne? Ach komm shit Ich hab's probiert Leute Yo Alter guter Spieler hier Gucken wie er jumpt und so Er jumpt nur vorbei Nee doch nicht Okay da musst du hin Ich bin so aufgeregt Ich sehe gar nichts mehr Gute Spieler Gut dass ich so gutes Team hab Ja ich reiß grad nicht so richtig Aber ich gebe zumindest ein bisschen Unterstützung Das sollte reichen Hoffe ich zumindest Irgendeiner Ja assist ok Alter mein teammates die killen die so weg Das ist so krass So eben Granatenunterstützung Hat er gleich die Flagge Ja hat er gleich Nee doch nicht Och nee Schön gegrillt und dann doch Wurde ich weggeholt Maaan Och nee Ach komm lass mich starten Ich muss mit meinem Team kämpfen Ich muss mit meinem Team kämpfen Die kommen gerade Oh das ein Team mit wieder der wieder alles weg klotzt mit dem Gravitationshammer Das ist so übel Dieser Gravitationshammer ist sowas für übel Oh der Zielfernrohr Gegnerische Sparkens nähern sie Lasst euch nicht aufspießen Oh Gravitationshammer Nerviger Nerviger Dude Ja ist leider ballistische Flugbahn Bei dem Ding Wie gesagt Sie fliegt nicht komplett gerade Sondern Neigt sie langsam Mit einem Bogen nach unten Die Waffen haben wir natürlich ein Problem So Granatenwerfer Äh Raketenwerfer sind natürlich super Oh je, oh je, oh je, oh je Hä? F-Punkt Oh ist das anstrengend Aber wie gesagt Ist auch mal ganz schön So ein Sack So ein blöder Camper Ey Gewonnen Ja geil Das lag jetzt nicht an mir Sondern an meinem Team Danke ans Team Richtiger Dank ans Team Siektakulär Ich hab echt ein gutes Team gehabt Kannst du nochmal wiederholen Und nochmal wiederholen Und nochmal wiederholen Ja nice Sehr schöne Map Kann ich noch nicht Kann wo neu rein ins Spiel Mit Japaning 2 Ich hab meine tägliche Mission abgeschlossen Ich hab auch nicht Punkte Ja so schön Das ist doch schön Ich hab jetzt zwar nicht geholt oder so Bin mir interessieren Die ist neu Formation Husky Raid Capture Kampf um die Flagge Formation Ist die Map Okay Heißt wirklich so die Map Also ich kannte sie noch nicht Ich bewerte die mal Ja schöne Map Wie gesagt Probier das Spiel mal aus Wie gesagt Hier noch ein paar Infos Das wurde jetzt wieder gepatcht hier Das gibt es jetzt hier wieder alles Könnt ihr euch das einfach nochmal alles durchlesen Also es gibt wieder neue schöne Sachen Danke fürs Zusehen Danke fürs Zuhören Reingehauen Bis zum nächsten Mal Hier bei Halo und Find It Reingehauen Tschüss